Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcast hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Mein Gesprächspartner heute ist Jürgen Kroder. Er ist freier Fachautor und Kommunikationsberater und ist tätig für Magazine und Unternehmen. Hallo Jürgen, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für uns. Hallo Klaus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es freut mich da jetzt auch mal in deinem Podcast als Gast sein. Ja, da kommen wir auch gleich zum Thema. Ganz interessant finde ich, dass du neben deiner Tätigkeit als Fachautor, auch als Berater, selbst ja einen Blog und einen Podcast betreibst. Das heißt, du hast da etwas aufgebaut, was dir hilft natürlich als Experimentierplattform, neue Dinge auszuprobieren. Du machst es ja auch immer wieder, du bringst damit Neues heraus, du berichtest darüber. Erzähl doch bitte mal darüber, wie bist du dazu gekommen? Was ist so das, was du so damit dann auch immer wieder experimentierst? Ich glaube, ich hole mal so ganz kurz aus. Du hast mich so grob vorgestellt, aber ich möchte, weil du hattest von dem Blog gerade geredet. Das muss man ein bisschen spezifizieren, weil ich betreibe mehrere Blogs und deswegen tröste ich mal ganz grob auf, was ich aktuell so mache. Also ich bin seit über 25 Jahren in der IT- und Medienbranche tätig. Ach, so alt bist du doch noch gar nicht. Ja, damals in, nee, also ich habe mich gut gehalten und geistig vielleicht immer noch irgendwo bei 19 stehen geblieben. Also ich bin schon länger in der IT- und Medienzeit, habe noch gelernt oder gesehen, wie die Pixel das laufen lernten quasi. Und bin jetzt seit vielen Jahren wieder selbstständig. Das weckt sich nochmal ab zwischen Selbstständigkeit und Festanstellung. Das finde ich sehr inspirierend, so in beide Welten quasi mal reinzuschauen. Und jetzt seit ein paar Jahren habe ich so mehrere Standbeine. Einerseits bin ich Marketingstrategieberater für Solo-Selbstständige, Startups und kleine mittelständische Unternehmen. Nicht für große Unternehmen, das habe ich mir bewusst so als Positionierung festgelegt. Dann die Marketingstrategie, die ich arbeite, die setze ich häufig auch mit um. Entweder komplett, kommt darauf an, wie komplex oder umfangreich dann die Marketingstrategie ist. Oder ich nehme dann Agenturen und andere Dienstleister dazu, um das dann umzusetzen. Dann das zweite Standbein, das hattest du ja schon erwähnt, bin ich Fachautor. Das heißt, ich schreibe sehr viel für Fachpublikationen, aber auch im Namen von Unternehmen. Oft da dann als Ghostwriter schreibe ich dann für deren Blogs, Online-Magazine, E-Books und White Paper. Und da habe ich so verschiedene Fachgebiete, eben zum Beispiel Digitalisierung, E-Commerce, digitaler Vertrieb, IT-Security, Online-Marketing und Gründer-Business. Ganz schön breit. Ja, einerseits breit, aber es gehört ja auch alles irgendwie zusammen. Weil ich finde, als Gründer sollte man sich auf jeden Fall mit Marketing beschäftigen. Und Kommunikation ist auch das heutige Thema. Aber man sollte sich genauso mit der Digitalisierung beschäftigen. Wenn man sich mit der Digitalisierung beschäftigt, darf man auf keinen Fall die IT-Security vernachlässigen. Und natürlich auch nicht das Online-Marketing zum Beispiel. Also für mich sind das alles so Zahnräder, ineinandergreifen und niemals alleine stehen dürfen. Deswegen bin ich auch zum Beispiel so ein Mensch, der sagt, Marketing ist ja weit, weit mehr als nur Werbung. Also das ist ja klar, das sage ich auch. Reklame. Ja, Reklame, Prospekte, wie man es noch so kennt. Aber das vergessen viele Leute. Also die verstehen eigentlich, dass Marketing viel, viel weiter gefasst ist eigentlich auch per Grunddefinition. Aber die meisten Menschen denken, das ist halt eben nur Werbung, Reklame, wie auch immer. Aber nein, Marketing ist was wirklich Umfassendes in Unternehmen. Unter anderem auch, dass man weiter Digitalisierung mit steuern kann. Ja, da wollen wir auch drüber sprechen, auch ein bisschen auch in diese Breite sozusagen gehen. Die Tiefe werden wir natürlich nicht schaffen, aber da kann man sich dann ja später mal mit dir noch in Verbindung setzen. Jetzt hast du Startups angesprochen gerade. Du hast auch gesagt, Mensch, du hast da noch ein weiteres Blog und Podcast, an dem du arbeitest. Das ist das Startup-Wissen.biz. Genau, richtig. Das ist einer von verschiedenen Blogs, den ich betreibe. Eigentlich auch mein wichtigster. Und ich sage immer, der Blog, nicht das Blog. Ja, stimmt. Das sagt auch jeder anders, aber vollkommen in Ordnung. Es gilt beides sogar. Laut Duden sogar müsste beides gelten. Ein Startup-Wissen ist mittlerweile ja wirklich kein Blog mehr im klassischen Sinne. Es ist eigentlich schon ein richtiges Online-Magazin. Weil Blog hat ja oft was mit was Persönlichem zu tun oder halt etwas, was dann Unternehmen so betreiben und dann ja so eine Mischung aus persönlichen Aspekten ist und dann so ein bisschen Online-Magazin. Und Startup-Wissen ist eigentlich schon dem Blog-Status entwichen, kann man sagen, und ein richtig großes Magazin geworden. Aber klar, ich nenne es auch gerne Blog, weil es einfach noch so ein bisschen nach Underground klingt und weil es eigentlich eine One-Man-Show ist, auch wenn es groß wirkt, sage ich mal. Aber größtenteils die Texte sind von mir. Ja, und neben dem eigentlichen Blog, also den Texten, gibt es eben auch noch den Startup-Wissen-Podcast. Wir werden auch beides verlinken in den Shownotes, sodass man da auch reinhören kann und dass man sehen kann, was du da machst. Für dich ist das ja auch so eine Art Experimentierplattform, wo du Neues ausprobieren kannst, wo du über Neues schreiben kannst, was du dann auch kennengelernt hast. Wie findest du sowas heraus? Wie kommst du auf diese Themen? Da gibt es mehrere Ansätze. Also wie gesagt, ich betreibe nebenher noch einen anderen großen Blog, nämlich auf meiner Seite jürgengroder.com gibt es auch einen Blog und da gibt es auch eine Sektion Podcast zum Beispiel. Und ich habe für verschiedene Bereiche, die ich mache als Selbstständiger, habe ich quasi verschiedene Hüte auf und dementsprechend kann ich dann auch zuordnen, die Idee oder diese Textidee, die ist eher was für Startup-Wissen und die ist dann halt eher was für meinen Jürgen-Groder-Blog. Und natürlich vermisse ich das auch gerne mal. Das Startup-Wissen ist halt dann eben der große Brand. Ich würde mal auch behaupten, der ist bekannter als ich selbst. Ist auch okay so. Und da habe ich eben dann verschiedene Zielgruppen und auch Zielrichtungen, in die ich gehe. Und wie komme ich zu den Themen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Einerseits habe ich eine ganz, ganz große, lange, lange Liste und die wird immer länger mit einfach Themen, über die ich mal noch schreiben möchte. Und da geht es eben um reine Gründerthemen, denn das muss man dazu sagen, bei Startup-Wissen steht es im Fokus, ein Thema nicht umfassend ausrufend zu erklären, wie jetzt bei Wikipedia zum Beispiel, sondern es geht darum, Wissen für Startup-Gründer oder Startup-Inhaber oder Startup-Mitarbeiter oder auch in Anführungszeichen ganz normale Mittelständler und Selbstständige Wissen zu transportieren und das möglichst kurz und kompakt und leicht verständlich. Und wenn dann jemand sich zu dem Thema informiert hat, dann kann er gerne noch irgendein Webinar sich anschauen, ein dickes Buch kaufen oder eine Fortbildung genießen. Also ich möchte die Leute möglichst schnell aufschlauen. Und da habe ich natürlich eine ganz, ganz lange Liste mit Themen und Fachbegriffen, die ich erklären möchte oder einfach auch Ratgeber weitergeben möchte für Themen, die für Gründer und Selbstständige wichtig sind. Für dich ist das in jedem Fall etwas, in deiner Wahrnehmung auch, in deiner Arbeit. Du sagst Startup-Gründung, also etwas, was vielleicht noch nicht so gefestigt ist, aber sehr flexibel sein kann. Und mittelständisches Unternehmen, das vielleicht gefestigter ist, aber eben insgesamt schon auch sehr flexibel agieren kann. Das ist quasi für dich ein Thema oder die sind an ähnlichen Themen interessiert. Genau, weil es gibt ja viele Themen, die sind natürlich schon speziell für Gründer, weil nämlich Gründer sich mit anderen Themen teilweise auseinandersetzen müssen, wie jemand, der ein Unternehmen leidet, das schon seit 20 Jahren etabliert ist. Aber es gibt auch übergreifende Themen, zum Beispiel Personalführung oder Marketingthemen und solche Geschichten. Und da ist es dann am Ende fast egal, ob man jetzt so ein junger, wilder Gründer ist oder vielleicht ein Startup mit fünf, zehn Mitarbeitern oder ein mittelständisches Unternehmen mit 50 oder 100 Mitarbeitern oder noch mehr, weil es halt einfach grundlegende Dinge gibt, die sind für beide genauso spannend, genauso wichtig und können auch dann ähnlich erklärt werden. Ich finde ja auch, dass es da sehr viele Überlappungen gibt. Also vor allem auch eine Gründung ist irgendwann ja keine Gründung mehr, sondern ist ein Unternehmen im Idealfall geworden und ist dann halt ein junges Unternehmen, aber ist dann schon eben auch ein KMU, ein mittelständisches Unternehmen irgendwann geworden. Jetzt haben wir es da häufig aber auch mit, gerade bei neuen Unternehmen oder bei Technologie-Startups, Software-Internet-Startups ja auch mit sehr komplexen Themen zu tun, die die da ans Laufen bringen. Ja, das ist nicht einfach so, hier drücken und dann ist gut, sondern da gibt es einfach Dinge, die man erklären muss. Das heißt also auch, die Bedeutung der Kommunikation an sich und der Wahrnehmung am Markt, vielleicht auch eben die Marke, wird da immer wichtiger. Wie siehst du das denn? Wann fängt es denn eigentlich an mit dem Kommunizieren, wenn ich was Neues anfange, sagen wir mal ein neues Produkt auf den Markt bringe oder vielleicht auch als Gründer starte? Da gibt es den alten Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, ja. Genau, also das heißt, sobald ich ja die erste Idee habe für ein Startup, ist auch mal dahingestellt, was ist denn ein Startup? Da gibt es auch viele sehr nebulöse Definitionen daraus, aber sagen einfach mal, ich will was gründen und das ist dann gleich ein Startup. Sobald ich mit meinen Freunden bei den Bierchen mit meiner ersten Idee, mein erstes Konzept rede, kommuniziere ich ja schon. Zwar im kleinen Kreis und vielleicht auch nicht so richtig nach irgendeinem Styleguide oder so, aber ich rede ja schon darüber. Das heißt, Kommunikation gibt es eigentlich immer und eigentlich machst du auch ab der ersten Sekunde, sobald du mit jemandem darüber redest, eine Visitenkarte machst, eine Webseite aufsetzt und so weiter, machst du auch schon Marketing. Da haben wir ja vorhin drüber geredet. Marketing ist halt mehr als die aktive Bewerbung, sondern Marketing, um jetzt mal so ein bisschen so Grundwissen drüber zu geben, besteht ja aus den 4P, Price, Product, Place und Promotion. Und Promotion als die Bewerbung ist ja das, was viele als Marketing ansehen, aber es gibt ja noch viele Dinge drumherum, eben zum Beispiel auch die Kommunikation, dass alleinige drüber reden, ich habe eine tolle Idee oder ich werde bald ein Startup gründen und so weiter und so fort, das ist ja auch schon Kommunikation und damit dann auch Marketing. Sobald ich anfange, drüber zu reden, und das sollte ich relativ früh auch machen, beziehungsweise ich mache es ja eigentlich automatisch, sollte das einer gewissen Strategie folgen oder sollte es irgendwie ein bisschen mehr sein, als nur den Mund aufmachen und plappern? Ja, definitiv. Also man sollte alles, was Business zu tun hat, vielleicht auch im Privatleben, immer mit einer Strategie machen. Eine Strategie heißt, man hat einen großen Plan, und der Plan wurde mal niedergeschrieben oder definiert und auch anhand von Zielen. Und diese Ziele sind dann vielleicht auch noch mit Metrigen oder mit Kennzahlen vergriffen, so mal ganz klassisch, was ja eine Strategie ist. Und bei Gründern ist es oft so, die haben eine tolle Idee und haben irgendwie so Angst davor, die Idee könnte ihnen jemand klauen. Und deswegen reden die dann nicht richtig offen über ihr Startup-Konzept oder über ihre Gründung, wie auch immer. und ich habe das schon bei Kunden von mir gehabt, die haben jahrelang im stillen Kämmerlein ein tolles Produkt entwickelt, haben aber jetzt aktiv kein Marketing betrieben, sondern haben gedacht, oh Gott, das dürfen wir bloß nicht kommunizieren, das muss jetzt geheim bleiben, damit es ja keiner kopiert. Haben dann jahrelang entwickelt und dann waren die irgendwann fertig und dann haben sie mich engagiert und meinten, so Junge, jetzt mach mal kurz Marketing und dann starten wir voll durch. Dann verkauft sich das von selber. Genau, weil die ganze Welt hat auf unsere Idee, über die wir bis dahin nicht geredet haben, hat die Welt total gewartet. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Fehler. Das heißt ja auch, wie ich es ja vorhin schon meinte, mit der Kommunikation sollte man frühestmöglich natürlich starten und auch mit dem Marketing, aber klar, komplett durchdacht, was sage ich wann, wo und wie natürlich. Du hast jetzt gerade das eingeleitet mit Startup, aber das bezieht sich sofort auch auf Entwicklungsabteilungen von kleineren Unternehmen, die in vielen Fällen eigentlich genauso reagieren, dass sie nicht drüber reden, noch nicht mal in ihrem Netzwerk, mit dem sie vielleicht sogar ein NDA haben, eine Geheimhaltungsvereinbarung, einfach weil sie Angst haben, man könnte ihnen da was wegnehmen. Also natürlich muss man bis zu einem bestimmten Punkt muss man aufpassen, vor allem wenn es vielleicht auch um Patente geht. Da muss man schon gucken, was man nach außen gibt und was nicht. Aber so im Normalfall, in vielen Fällen haben wir keine Patente im Spiel. Da müssen wir gucken, dass wir rechtzeitig viele Menschen mitnehmen, auch um unser Produkt besser entwickeln zu können, oder? Wenn wir schon früh kommunizieren, zumindest mit manchen, strategisch das auch natürlich machen, hat es den Vorteil, dass wir da auch irgendwie ein Feedback zurückbekommen? Auf jeden Fall. Und ich kann ja verstehen, wenn jemand eine tolle Idee hat und daraus ein tolles Konzept entwickelt, das er erstmal nicht will, dass es kopiert wird. Aber seien wir doch mal ehrlich, die meisten Ideen gibt es wahrscheinlich schon millionenfach oder gab es schon millionenfach, aber es hat bislang noch keiner umgesetzt oder diejenigen, die es umgesetzt haben, ja, die waren damit nicht erfolgreich. Deswegen gibt es ja dann dieses Konzept noch nicht auf dem Markt. Es ist ja immer so, was macht ein Unternehmen aus? Vielleicht eine gute Idee, ein gutes Produkt, aber dann wirklich die Umsetzung, dass man daraus ein Business macht, mit dem man Geld verdienen kann, das ist ja eigentlich die große Kunst. Und dann ist ja eben da nicht mehr die Idee das Große, sondern ich glaube, Edison hat es mal gesagt, ein Business besteht aus 1% Inspiration und 99% Transpiration. Und genau darum geht es ja auch eben, das wirklich zu erfüllen, was man als Idee hat. Und dementsprechend sollte man möglichst, finde ich jetzt, frühmöglich darüber kommunizieren oder viel reden. Und wie du es schon sagst, wenn man eben ein größeres Unternehmen ist, dann lass uns doch erstmal intern darüber kommunizieren. Also intern wirklich in der Firma, aber auch im eigenen Netzwerk, Geschäftspartnern, meinetwegen mit NDA, weil daraus wird dann eben eine Idee noch besser, daran wird gefallen, das Konzept kann besser verändert werden. Man kann ja auch schon zuerst Studien machen oder Erhebung machen. Kommt denn meine Idee wirklich an? Ist sie denn wirklich so geil, wie ich sie mir vorstelle? Oder ist sie vielleicht auch nicht so toll? Ja. Und dadurch entsteht ja auch ein kompletter Prozess dann. Man sieht das dann ja auch an dem Feedback, was zurückkommt. Kann damit dann auch was anfangen, kann das einbauen, wenn man das jetzt ein bisschen strategischer macht, ist es tatsächlich etwas, was so wie ein Turbo eigentlich sogar wirkt. Deswegen ist es ja auch so ein wichtiger Punkt, Kommunikation und Marke in meinem Vorgehensmodell, weil das einfach dazugehört. Ich kann die tollsten Sachen haben, wenn sie keinen Namen haben, wenn ich nicht drüber rede, dann ist es schon vorbei. Das heißt also, frühkommunizieren ist wichtig, das Ganze strategischer angehen mit einem Plan ist wichtig, da eine gewisse Vorstellung, zumindest am Anfang wird man das noch nicht so fix haben, aber es ist schon auch wichtig, um vor allem auch komplexe Dinge, komplexe neue innovative Produkte eben dann anderen zugänglich machen zu können und den Mehrwert auch zeigen zu können. Genau. Und weil du jetzt gerade eben auch den Begriff Innovativ verwendet hast, logisch weiß ich ja bei diesem Podcast. Ja, sorry. Nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung, aber genau das ist eine Sache, die ich auch ansprechen wollte. Wenn man kommuniziert, sollte man immer versuchen, gerade mit Leuten, die mit deinem Produkt, mit deiner Idee, deinem Konzept noch nicht in Kontakt kamen, das natürlich aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Eben, du redest nicht über innovativ, modern, nachhaltig, agil oder sonst was, dein Produkt ist, also in Features reden, so PR spricht, sondern rede bitte über die Lösung. Weil wir ja so schön, keiner will einen Hammer kaufen, sondern jeder will einen Nagel in die Wand schlagen oder ein Bild aufhängen. Also versuch dein Produkt nicht über Features und tolle, klingende Adjektive und Buzzwords wie innovativ zu verkaufen, sondern versuch den Leuten zu erklären, was ist denn die Lösung, das Nutzenversprechen von deinem Produkt oder deinem Konzept. Und das ist möglichst einfach auch bei hoher Komplexität. Genau. Da haben wir jetzt tatsächlich ja auch verschiedene Ebenen, über die wir sprechen. Das eine ist erstmal, jemand anderes muss das zum Beispiel entdecken, was es als Neues gibt. Aber dann muss er es im nächsten Schritt auch verstehen und dann, ja zumindest die wichtigsten Punkte und dann gibt es sicher noch mal ein, zwei Ebenen dahinter, die wichtig sind. Zum Beispiel zur Meisterschaft kommen, nicht einfach nur etwas in die Hand nehmen und das schon nutzen können. Was siehst du da für so Ebenen, die in dieser Kommunikation oder vielleicht auf dem Kennenlernweg dann sind, an die man denken müsste? Auf jeden Fall, was ist denn so meine Kernmessage? Man kann ja, oder wenn man kommuniziert, sagen wir so, gibt es ja verschiedene Zielgruppen. Es gibt ja nicht nur die eine Zielgruppe. Also ich kommuniziere über mein neues, innovatives Projekt oder Produkt oder was auch immer. Dann spreche ich, wen spreche ich damit ein? Na ja, irgendwann die Endkunden, die das kaufen sollen, mieten sollen, wie auch immer, und in Anspruch nehmen sollen, wenn es eine Dienstleistung ist. Aber du musst ja auch intern schon darüber kommunizieren, um das Projekt vielleicht durchzubringen, Budget zu kriegen. Du musst mit Geschäftspartnern darüber reden. Du musst aber vielleicht auch, wenn du dann die Firma drumherum aufbaust oder die interne Abteilung aufbaust, musst du ja auch aus dem Gesichtspunkt der HR-Abteilung, also der Personalabteilung, über das Projekt oder das Produkt reden. Das sind ja alles verschiedene Zielgruppen. Du solltest versuchen, auch wenn jede Zielgruppe anders angesprochen wird oder werden sollte, solltest du so einen großen Überbau finden. Ich nenne es mal Slogan. zum Beispiel, wenn man jetzt an die Automobilwirtschaft denkt, Audi hatte, glaube ich, mal Vorsprung durch Technik. Das sackte irgendwie so alles und nichts aus, aber man wusste schon, was es geht. Eben Vorsprung, Technik, ja dann Automobiltechnik wahrscheinlich dann auch. Also damit konnte jeder irgendwas anfangen und du konntest in alle Richtungen mit dem Slogan was erarbeiten. Du meinst, damit hat man tatsächlich auch mobilisiert, Energie intern im Unternehmen sozusagen freigesetzt. Genau. Und dann eben halt auch, dass alle wissen, also du bist ja vielleicht Anfangslauf, wenn du der Projektleiter bist, also der Einzige, der darüber kommuniziert. Wenn dein Team wächst, sollte jeder wissen, was ist denn der Spirit, die Message hinter deinem Projekt, hinter deinem Produkt, wie auch immer. Und wenn jeder im Kopf sagt, du hast, Vorsprung durch Technik, dann kann jeder was damit anfangen und kann in einer gewissen Art und Weise kommunizieren. Wenn man aber nicht weiß, für was steht denn eigentlich das Produkt? Also was hat es für Features, aber was hat es auch für eine Lösung? Was bringt es dem Kunden vielleicht dann später mal? Dann wird es schwer, es so einheitlich zu kommunizieren. Und ich habe damit auch so eine Priorität mal vorgegeben. Vorsprung durch Technik heißt jetzt nicht, dass es hässlich ist, aber es ist nicht Vorsprung der Ästhetik zum Beispiel. Oder zumindest, es geht dann eher um eine technikgetriebene Ästhetik in dem Falle. Genau. Das eine schließt nicht das andere aus, aber es ist so. Also kannst du dich auch ein tolles technisches Projekt oder Produkt wie zuerst schließen. Audi, der war damals ja auch hübsch oder die Autos waren damals hübsch. Und das eine schließt das andere nicht aus, aber es stand eben die Technik im Vordergrund. Jetzt haben wir gerade schon immer wieder auch gewechselt zwischen B2B, B2C. Ich denke mir, häufig spielt es eigentlich gar keinen großen Unterschied. Natürlich werde ich für ein B2B-Produkt jetzt nicht die große Riesen-Kampagne auf YouTube machen, wo ich versuche, einfach Millionen auf einmal zu erreichen und brutale Streuverluste zu haben, so wie im Fernsehen. Aber eigentlich habe ich doch auch bei einem B2B-Produkt im Grunde Dinge, die ich ansprechen muss. Emotionen zum Beispiel, die ich hervorrufen muss, Informationen, die ich vermitteln muss. Gibt es da für dich noch große Unterschiede dann zwischen B2B und B2C-Kommunikation bei so neuen Sachen? Ja und nein. Also natürlich gibt es Unterschiede, aber das sind dann eher Feinheiten. Aber ich denke, wir sollten alle mal aufhören, diesen Schubladen B2C, B2B und was weiß ich, was da draus alles zu denken. Es gibt einen Autor, den Brian Kramer, der sagte mal, lass uns von Age to Age, also Human to Human Kommunikation reden, weil darum geht es ja auch. Es ist ja auch alles viel fließend geworden und das ist ja auch, das finde ich, so ein Problem von vielen Vermarktungsstrategien und auch vielen Produkten, die es so gibt. Wenn man es sagt, hier so ein B2C-Online-Shop zum Beispiel, der ist total fancy, spricht die Menschen an, so ein Amazon, das versteht jeder, das findet jeder toll und das kann man alles digital machen, aber wenn es ein B2B-Shop ist, dann muss der irgendwie tröge sein, da müssen da langweilige Explosionszeichnungen sein, dann kann der Kaufprozess auch ruhig umständlich sein, weil das ist ja was Geschäftliches, das darf keinen Spaß machen. Da sitzen ja eigentlich nur Roboter, die gelangweilt sind und da irgendwo hinklicken. Nee, Quatsch, überall sitzen Menschen, Menschen, die was verkaufen wollen und Menschen, die was konsumieren wollen. Also dann lasst uns doch auch gleich von Mensch zu Mensch kommunizieren und auch Produkte entwickeln, die am Ende menschliche Spaß machen. Guter Punkt, ja. Welches medienspezifisches oder kommunikationsspezifisches Wissen brauche ich denn idealerweise im Unternehmen, um über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, wenigstens einigermaßen diese Dinge in den Griff zu bekommen? Ende kommt es auch darauf an, über welche Kanäle du kommunizieren willst. Und da hat es natürlich auch mit einer Zielgruppe zu tun. Also wenn du ein digitales oder ein Online-Produkt produzierst und entwickelst, dann solltest du natürlich auch die Klaviatur des Online-Marketings oder Online-Kommunikation beherrschen. Besonders wenn du dann auch Zielgruppen natürlich ansprichst, die in speziellen Richtung affin sind. Also wenn du eine junge Zielgruppe hast, dann kommen wir natürlich schnell zu Social Media und TikTok und ähnliche Geschichten, sofern das Sinn macht, aber so tendenziell schon eher. Und da sind wir dann doch wieder bei B2B, also bei Geschäftsprodukten. Da sind wir halt dann bei LinkedIn und auf LinkedIn kommuniziert man anders als auf Facebook, TikTok oder Instagram zum Beispiel. Okay, also das heißt, man braucht einfach natürlich eine Vorstellung, wo man kommunizieren möchte. Aber man muss dann ein gewisses Basismissen mitbringen, damit man auch richtig mit den verschiedenen Partnern sprechen kann, damit die einen auch verstehen und das Richtige dann tatsächlich wieder fachlich umsetzen können, wenn es um die Kommunikation geht. Genau, du musst am Ende wissen, wer ist deine Zielgruppe und wie sind deren, naja, Touchpoints heißt es im Marketing-Sprech, also an welchen Punkten erreichst du die, was nutzt die denn für Kanäle und Medien zum Beispiel. Hier ist ein gutes Beispiel, wir reden hier im Podcast, das ist jetzt für deine Zielgruppe wahrscheinlich ein relevanter Kanal, ein relevanter Touchpoint und vielleicht informieren die sich noch zusätzlich auf Webseiten, aber es kann trotzdem sein, dass die auch noch klassisch, was sich die FAZ oder die Wirtschaftswoche reden, als auch da wieder, bloß weil deine Zielgruppe das eine macht, musst du das andere nicht unbedingt ausschließen, weil der moderne Mensch, der ist halt nicht geradlinig und nutzt nur diesen einen Kanal, der liest nur FAZ und das war es irgendwie. Ne, Quatsch, ein FAZ-Leser hört auch auf seiner Autofahrt einen Podcast und schaut vielleicht abends was auf YouTube an. Interessanter Punkt, den du ansprichst, kann ich alles abdecken, gerade als kleines Unternehmen kann ich das nicht machen, und ich habe aber trotzdem irgendwas Spannendes, Neues, was ich rausbringen möchte. Was würde das jetzt für meine Kommunikationsstrategie bedeuten? Ich muss ja sicher irgendwie auch mal priorisieren, ich muss mir irgendwas raussuchen, worauf ich mich fixiere oder fokussiere. Wie siehst du das? Wie sieht dann so eine einfachste Kommunikationsstrategie aus? Da sagst du was Wichtiges, weil viele machen einen Fehler, die sehen, welche Möglichkeiten und Kanäle sie zum Beispiel haben, um hier Marketing oder Kommunikationsmaßnahmen umzusetzen und dann kommunizieren und machen sie ganz, ganz wild und viel. Also die eröffnen 20 Social-Media-Accounts auf allen möglichen großen Plattformen. Sie machen Blogbeiträge, Podcasts, YouTube-Schnipsel, machen Gasbeiträge in Fachpublikationen und so weiter. Ja, das kann man machen, wenn es den Sinn macht und zur Zielgruppe passt und wenn man eben die Ressourcen dafür hat, aber in der Regel hat man das ja nicht als Start-up, kleines Unternehmen oder eine kleine Einheit in einem großen Unternehmen, das jetzt gerade eben eine Innovation kommunizieren will und da geht es darum, erstmal zu gucken, was ist denn aus eurer Sicht, man weiß es ja am Anfang vielleicht noch nicht genau, der relevanteste Kanal, also wo werde ich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit meine Zielgruppe antreffen und was kann ich von diesen verschiedenen Kanälen denn überhaupt umsetzen? Also wenn ich sage, hier meine Zielgruppe ist jetzt total aktiv auf YouTube, ja das ist schön und gut, aber ich kann kein YouTube-Video produzieren, weil ich habe davon keine Ahnung, ich habe niemanden, den ich vor die Kamera stellen kann, ich habe das Equipment nicht, ich kann nicht toll schneiden und so weiter, dann könntest du nur was ganz schlecht auf YouTube bringen und vielleicht könntest du nicht mal regelmäßig was auf YouTube bringen, das ist dann auch wieder schlecht. Dann sagst du, okay, YouTube wäre zwar schön gewesen, da ist unsere Zielgruppe auf jeden Fall, aber was gibt es denn noch für einen Kanal 2, 3, 4? Womit könnte ich denn anfangen? Möglichst einfach, denn das weißt du ja auch und das sagst du ja auch auf deinem Podcast, lass uns einfach mal schnell anfangen und dann iterativ fortgehen, experimentieren, Zahlen erheben und dann schauen, ob meine Annahme wirklich eintrifft. Genauso auch wie sonst im richtigen Leben einfach mal anfangen und dann mal gucken, was passiert und dann entsprechend nachsteuern und umsteuern. So ist es. Und auf jeden Fall auch dann, wenn man dann kommuniziert, das hatten wir vorhin ja schon mit dem Vorsprung durch Technik, wie will ich denn kommunizieren? Also ein probates Mittel ist ja oft, dass eine Webseite aufgesetzt wird und dann gibt es vielleicht einen Blog dazu und solche Geschichten. Online ist einfach unglaublich wichtig und auch die Homepage, wenn man es immer noch so schön sagt, ohne die geht es halt einfach gar nicht. Und da ist es halt auch so, nicht einfach nur irgend so eine Homepage online stellen mit ein paar schönen Bildchen und ein paar tollen Slogans und ein bisschen Marketing blub, blub. Nee, auch da musst du wissen, wie du kommunizierst und wie machst du auf dich aufmerksam? Weil darum geht es ja auch, du bist ja und kannst ja auch nicht gleich ja was verkaufen, sondern musst ja erstmal so die Emotionen aufladen, das Produkt vielleicht einführen, Leute ranschaffen, die sich dafür interessieren und so weiter und überlegst du, wie du kommunizieren willst auf deiner Webseite. Redest du nur über dein Produkt oder versuchst du es hintenrum eben mit dem Image und mit der Positionierung aufzuladen? Jürgen, du weißt ja, hier im Podcast ist wichtig, dass man vom Zuhören ins Machen kommen kann. Jetzt gibt es da immer viele Dinge, die man tun kann, aber man muss irgendwo mal anfangen. Was wären denn so deine, deine Top-Tipps für einen Unternehmer oder Unternehmerin, der oder die ein neues Produkt oder Dienstleistung zumindest erstmal als Konzept schon hat, das am besten zu kommunizieren auf dem, vielleicht sogar bevor es überhaupt komplett entwickelt ist? auf jeden Fall rechtzeitig damit anfangen und dann, wenn man eben anfängt zu kommunizieren, Schritt für Schritt viele Dinge zu machen, nicht gleich das ganz große Rad drehen wollen. Das ist viel zu auffällig, dafür hast du keine Zeit, kein Budget, wie auch immer und dann solltest du festlegen, mit welchen wenigen Kanälen du anfängst. Zum Beispiel, indem du sagst, ich mache erst einen Blog, so, Punkt. Der bringt Traffic, der ist gut für SEO, dann erweitere ich das vielleicht noch über einen Facebook-Kanal oder über Gastbeiträge, über einen Podcast, wie auch immer, aber immer Schritt für Schritt machen und jeden Kanal bestmöglich natürlich auch zu machen, sodass er natürlich auch dann wirklich was bringt, weil 50 halbgare Sachen bringt halt 50 mal gar nichts oder relativ wenig. Dann musst du dich auch mal in deine Zielgruppen reinversetzen. Wen will ich jetzt wirklich ansprechen und wie ticken denn diese Zielgruppen? Also im Marketing redet man dann oft von den Personas, die man erstellt, also spezifische Personen innerhalb einer Zielgruppe. Da habe ich dann zum Beispiel eine Persona, die nenne ich Klaus und der Klaus hat für mich gewisse Eigenschaften und Charaktereigenschaften und dann gibt es noch eine Persona Susi und die Susi ist anders als der Klaus. Und wenn ich dann einen Blogbeitrag schreibe, einen Instagram-Post plane oder ähnliches mache, denke ich immer daran, ah, für wen ist das? Ja, das ist jetzt für Klaus, nee, das ist für Susi. Ah ja, für Susi, die redet so und so, also muss ich dann so und so zum Beispiel meinen Instagram-Post verfassen und der Klaus, der möchte eben anders dann angesprochen werden. Also immer mit dem Bild vom Kopf wissen, was man denn tut und warum man es tut und für wen man es natürlich auch tut, ja. Sehr hilfreich, vielen Dank. Ganz wichtig ist, das habe ich auch vorhin angesprochen, setzt euch Kennzahlen. Da gibt es ja Smart, hat ja vielleicht jeder schon gehört, wenn es um Kennzahlen geht und das sollte man nicht einfach nur so hinnehmen, sondern wirklich sich auch Kennzahlen setzen. Also was möchte ich denn erreichen mit meinen Marketing- und Kommunikationsmitteln oder Maßnahmen und die sollten natürlich dann erreichbar sein und natürlich auch zeitlich terminiert sein und dass, wenn man sich solche Kennzahlen raussucht, sage ich immer, bitte achte darauf, dass ihr nicht zu viele sogenannte Vanity-Metrics dabei habt. Das sind also Metriken, die der eigenen Eitelkeit schmeicheln. So eine Vanity-Metrick, zum Beispiel eine sehr beliebte und bekannte ist, wenn ich einen Blog oder eine Webseite betreibe, dann schauen halt alle auf den Traffic als auf die Page-Impressions. Ja, das ist schön zu sehen, wie viele Leute auf meine Website gehen, auf meinen Blog gehen, aber nicht nur danach sollte es gehen, weil es können sich auch viele Leute, die überhaupt nicht zu deiner Zielgruppe passen, auf deiner Webseite verirren, weil du vielleicht über Google irgendwelche Keywords hast oder Leute über gewisse Keywords bei dir landen, aber gar nicht zu deiner Zielgruppe gehören. Oder dass du jetzt 10.000 Likes auf irgendeinen Facebook-Post kriegst, weil du da ein lustiges Bild von einer Katze postest. Ja, das ist schön, dass du 10.000 Likes bekommen hast, aber was bringt dir jetzt so ein Katzenbild mit 10.000 Likes für dein Business, für dein Produkt, für deine Produktkommunikation? Gar nichts. Also setzt euch medischen Kennzahlen, die euch was bringen und überprüft die auch immer wieder. Wunderbar, Jürgen. Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du dabei warst beim Smart Innovation Podcast. Ja, vielen, vielen Dank und vielen Dank an alle Zuhörer und dir, Klaus, noch viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich liebe ihn und ich höre ihn wirklich sehr, sehr gerne. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de schrägstrich podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast. Podcast. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020